Freitagabend in der Notaufnahme der Klinik von Güstow. Aus dem gesamten Landkreis werden Patienten angeliefert. Die wenigsten sind nüchtern. Ende des Monats, Anfang des Monats. Der soziale Brennpunkt kriegt Geld und kann einkaufen. Dann sind 60% der Notfälle Alkohol-assoziiert, wie es im Mediziner-Jargon heißt. Wann hatten Sie 2,4 pro Minute und wie viel Uhr? 2 Uhr, 3 Uhr nachts? Auch bei dieser blutigen Nase war Alkohol mit im Spiel. 2,1. 2,1 pro Minute. Ich kam von der Arbeit, wir haben zusammen im Garten gesessen. Vater wurde auch mal kurz raus aus der Gartenlaube. Ist dann hingefahren, in den Blut-Toppel rein und dann genau rein. Ich habe gerade meine Schnauze hätten können, weil der Kollege mich unterstützt hat. Der Sohn war wahrscheinlich verblutet. Der Kollege war blutet. Ja, genau. Alle hier, Platz, alles Lüge. Okay, wo können wir jetzt rausziehen? Sie können einmal hier durchgehen. Sie kommen morgen wieder Wunde kontrollieren. Es gibt welche, die kommen fast jede Woche, die kennen wir schon. Da kann man ein bisschen einfacher entscheiden, ob man die schnell wieder nach Hause lässt, ob sie überwachungspflichtig sind. Die meisten sind an Alkohol gewöhnt, da ist das kein Grund, die hier zu behalten. Verstehst du dich? Na, die Spiegel, die die haben, sind welche, die wir normal menschlich nicht vertragen würden. Aber da ich das regelmäßig trinken, merken die eigentlich nicht mehr, dass sie betrunken sind. Deswegen sind die meisten nicht mehr überwachungspflichtig. Nicht mehr überwachungspflichtig heißt oft, die Party geht weiter, ohne die Aufsicht der Mediziner. Oberster Suchtarzt der Güstroher Klinik ist Chefarzt Dr. Stefan Schröder. Früher praktizierte er in Bochum. Auch dort wurde zu viel getrunken. Doch Mecklenburg-Vorpommern ist eine neue Dimension. Die typische Alkoholiker-Karriere sieht hier genauso aus wie in anderen Bundesländern. Vater alkoholkrank, bisschen schwierige soziale Situationen, mit 13 erster Vollrausch, mit 23 schon zwei Kinder in die Welt gesetzt, Beziehung kaputt, mit 33 Job kaputt, mit 43 Wohnung kaputt, mit 53 tot. Schon zu DDR-Zeiten hatte Deutschlands Nordosten ein Alkoholproblem. Doch 25 Kilometer südlich von Güstroh gibt es eine trockene Insel in der mecklenburgischen Seenplatte. Das kleine Dorf Seran. Die Idee, einen ganzen Ort trocken zu legen, hatte Heinz Nietzsche vom Suchthilfeverband Blaues Kreuz. Als wir 1971 hierher kamen, war eigentlich dieses ganze Dorf am Aussterben. Ältere Leute, viele waren Alkoholiker. Manch einer davon ist frei geworden. Die alten Leute sind weggestorben. Und unsere geretteten Alkoholiker, die sich hier stabilisiert haben, die frei geworden sind, haben dann die Häuser gekauft, gemietet. Hier wohnt unser Bodo drin. Da wohnte der Düring-Robert. Der hat auch viele Jahre getrunken. Hier hat einer unserer Betreuten ein kleines Kaffee draus gemacht. Wie lange hat Ihr Mann nicht mehr getrunken? Was denn? Wie lange hat Ihr Mann nicht mehr getrunken? Zehn Jahre nicht. Und wo er dann gestorben ist? Ja. Zehn Jahre. War doch noch eine schöne Zeit. Und wie viele Kinder hatten Sie? Acht. Acht Kinder. Und immer arbeiten gegangen. Ja, man musste ja auch nicht. Ja. Ging nicht anders. Aber es war nachher auch schön. War noch zehn schöne Jahre. Doch. Immer mehr Menschen kommen nach Seran. Mit nur einem Ziel. Nie mehr saufen. Bleibt gehen, Foto machen. Bleibt gehen. Dort, den du wohnst, hier wird Foto gemacht. Ab sofort wird Foto gemacht. Immer gleich Betriebsfreundlern. Es sind einige von diesen neuen Bewohnern von Seran. Jawohl. Am besten mal ein Wettelbärb gleich hier. So ist man wenigstens sicher. Im Dorf gibt es eine Therapieklinik, betreute Wohngemeinschaften und eine SOS-Station für akute Neuzugänge. Einer der Bewohner ist Wolfgang. Der 56-Jährige wartet hier auf einen Therapieplatz. Das ist unser bester Kartoffelscheler. Der ist schon lange in Übung. Wolfgang hat jahrzehntelang zu viel getrunken. Am Ende vier Flaschen Wodka am Tag. Also wenn irgendwas zu Hause war, da war ich das immer. Es ist egal, was gewesen ist. Ich bin nach Hause gekommen, da habe ich erst mal das Maul gekriegt. Also habe ich, ne? Mein Vater hat, ich weiß nicht, die Bundeswehr Koppel, die hat man voller getragen. Der hat nur einmal ausgeklickt, rausgezogen, und dann habe ich die Koppel gleich vom Kopf gekriegt. Und egal, wo er getroffen hat. Man meint sich auch, dass ich mit blauen Augen durchgegangen bin. Der Glaube, schon als Jugendlicher das Leben nur im Vollrausch ertragen zu können, der Beginn einer Alkoholiker-Karriere. Auch der Tod des sadistischen Vaters änderte daran nichts. Wie damals mein Vater verstorben ist, 1974, bin ich zum Prieto vergang, um zu gucken, ob er wirklich tot ist. Das hört sich jetzt hart an, ne? Das alte Pfarrhaus von Seran ist heute die SOS-Station. Frank ist vor einer Stunde angekommen. Er hat ein schweres Alkoholproblem und Schwierigkeiten bei der Orientierung. Er hat eine Frau geschrien, mein Bruder ist sich aufgehoben, meine Mutter ist gestorben, mein anderer Bruder auch noch gestorben. Ich weiß gar nicht mehr, was ich machen soll. Manchmal überlege ich, ob ich mich nicht vom Zug schmeiß. Aber hinterher hält mir das alles zurück, weil ich ja noch meine Kinder habe. Ja, vielleicht zu, wie wir ich ja irgendwann mal. Erneute Verabredung mit Dr. Schröder in der Klinik von Güstrow. Auf der Treppe zur Station der erste Patient des Tages. Ist er bekannt hier, oder? Ist er bekannt hier, oder? Na, wenn man rumkommt, hallo, dann hört sich was wieder auf. So, und dann, einmal aufstehen. Sie können hier drinnen nicht rauchholen. Nein. Ja, aber passt zum Thema, alkoholisch. Dann wurde von der Polizei und vom Rettungsdienst gebracht. Ach du Scheiße, dann war die auch schon. Ja, weil er gestürzt war scheinbar. So eine kleine Wunde am Kopf hat, aber da hat er da schon randaliert. Das habe ich gar nicht randaliert. Das war schön kräftig rein. Ganz toll, los. Weiter, 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 weiter. Ne, das war zu wenig. Nochmal schön. Meine Lunge ist auch nicht mal so die beste. Naja, jetzt aber los. Hat vorhin aufgeklappt. Los, ganz kräftig. Weiter, 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 gut. Siehste? Geht doch. Ach, du bist aber richtig. Ja, ne? Ja. 3,08. Halt, was habe ich gesagt? Ich denke, das ist ein fließender Übergang zwischen das, was wir Missbrauch nennen. Alkoholmissbrauch oder riskanter Gebrauch und wo dann... Entschuldigung, muss man gerade kurz auf das Telefon gehen. Schröder? Auf dem Flur der nächste Notfall. Auch hier ist Alkohol im Spiel. Hatten Alkohol entzogen, oder? Der ist ja nicht in Finish. Naja, aber Ausschluss auf dieses Koronar-Syndrom müssen wir auch nochmal fragen. Hier anzuschienen, ne? Ja. Interessant, ich habe einen Patienten mit einem Alkoholentzug, wird gerade vom Notarzt gebracht, mit einem Alkoholentzug. Und die wissen nicht genau, ist das jetzt ein Alkoholentzug-Syndrom oder ist es ein Herzinfarkt oder beides. Zurück in Seran, dem abstinenten Dorf. Für viele ist Seran die vielleicht letzte Chance. Frank ist Anfang 40, früher fuhr er zur See. Ich habe alles gehabt, ich habe alles verloren. Alles nur durch die Scheißauferei. Ja, und dann immer, ich kann das gar nicht mehr zählen, wie viel Entgiftung ich schon hinter mir habe. Ich bin dann immer wieder ins Krankenhaus und die wollten dann immer, dass ich eine Therapie mache, eine Psychotherapie. Aber ich musste stabil sein und da haben die zehn Tage an Giftung nicht gereicht. Dann bist du wieder raus, dann warst einer, war auch vielleicht draußen, dann warst du wieder im Krankenhaus. Alles nur ein Hin und Her, das geht seitdem, geht schon ziemlich lange, so viele Jahre. Tagsüber arbeiten die Patienten in Küche und Garten. Seran ist ein offenes Dorf. Die idyllische Lage lockt auch viele Touristen an. Wenn ich runter ging zum Strand, da liegen so viele Pullen manchmal. Ich meine jetzt, bei diesem Wetter nicht, aber wie Sonnenschein war, ordentlich warm war. Da haben wir unten gefunden, Kisten war ich sogar. Und das Blöde ist immer, wer ist schuld? Weil das ist ja eine trockene Gegend hier eigentlich. Oder sollte es sein? Das Problem ist, es nimmt keinen Auffang. Also von der Umwelt her, ne? Es sind halt nur altes Alkis. Ronny ist 28 und kommt ursprünglich aus Chemnitz. Er ist einer der jüngeren Alkoholkranken. Schick ist er. Seran ist sein neues Zuhause. Die anderen Patienten sind seine Familie. Danke, Kleine. Gut? Sechs Jahre lebte Ronny in Berlin auf der Straße. Er nahm Drogen und trank täglich bis zu drei Flaschen Schnaps. Ich hab in den sechs Jahren schon öfters probiert aufzuhören. Aus eigener Kraft. Ich hatte auch zwischendurch, wo ich mal aufgehört habe, einen Zusammenbruch gehabt. Durch den Alkohol. Zum Glück, dass noch ein paar Kumpels von mir mit dabei waren. Die haben mir gleich ein Bier gegeben, dass es erst mal wieder zu mir kam. Dass ich dann arbeiten konnte, dass ich es gleich weitermachen konnte mit dem Alkohol. Am nächsten Morgen. Bereits um 8 Uhr sind sie auf den Beinen. Frank, der Seemann und die anderen Klienten der SOS-Station. Die Arbeit an frischer Luft soll helfen, Langeweile und dumme Gedanken zu vertreiben. Nur einer macht nicht mehr mit. Ronny. Morgen. Wo geht's hin? Na, Hause. Therapie geschafft? Nee, abgebrochen. Wie das? Kein Kommentar, will ich nicht sagen. Sind Sie rückfällig geworden? Nein. Stress mit den Betreuern? Nee. Keine Lust mehr? Private Angelegenheit. Wo geht's jetzt hin? Nach Berlin. Und werden Sie trocken bleiben jetzt? Ich werd trocken bleiben. Ronny bekam Anrufe von seiner Freundin. Sie habe Sehnsucht, er solle endlich nach Berlin kommen. Ein Betreuer bringt ihn zum Bahnhof. Das heißt für mich, das ist eigentlich eine traurige Einwilligtheit. Weil er hat sich praktisch schon wieder alleine aufgegeben. Und ob er das wirklich so dringend sieht, für seine Zukunft, mit seiner Frau und alles, ich weiß nicht, ob das wirklich so richtig ist. Frank, der Seemann, hat zwei Probleme gleichzeitig. Den Alkoholismus und eine Tablettenabhängigkeit. Sein Betreuer drängt auf eine Reduzierung der Medikamente in einer Klinik. Obwohl ich da keinen Grund für sehe. Aber mein Chef sagt heute, also hier, Herr Fink, er sagt, du hast zwei Optionen. Entweder du gehst ins Krankenhaus oder kannst deine Sachen packen und abbauen. So hart ist das hier. Wo würden Sie das hingehen? Ich bin auf der Straße, ich bin obdachlos. Ich bin nicht auf der Straße und bin nicht weit vorhin. Ein paar Tage später gibt es Neuigkeiten in Seran. Franks Bett ist leer, der Seemann ist weg. Betreuer Detlef hatte ihn zum Arzt in die nächste Stadt gefahren. Während Detlef draußen vor dem einzigen Ausgang wartete, ist Frank durch ein Kellerfenster abgehauen. Der Suchtdruck war offensichtlich zu groß. Der Betreuer hat Frank am selben Tag noch einmal gesehen. Danach verliert sich seine Spur. Nachmittags hatte ich um 14 Uhr mit einem Patienten oben in der Südstadt einen Termin. Und habe dann den Herrn Bohrmann gesehen, um Viertel zwei betrunken. Aber, und war mit noch zwei Typen da. Ich wollte ihn nicht ansprechen, weil ich weiß nicht, wie die darauf reagieren. Mal wieder ein Absturz. Doch wo ist der ehemalige Seemann hin? In den Obdachlosenheimen der umliegenden Städte ist er nicht aufgetaucht. Wir fahren zu seinem Elternhaus in einem Dorf nahe der Ostsee. Dort wohnt Franks Vater mit seiner zweiten Frau. Sein Vater ist da drin. Können wir den Vater fragen? Wir wollen bestimmt nichts mehr von dem hören. Also der ist für uns gestorben. Norbert, wir wollen hier eh eine Reportage machen unter Frank Burmann. Hast du gehört? Der hat so ein ganze Abhauen. Der will das nicht. Wir wollen das nicht. Mit so einem Säufer können wir nichts mehr zu tun haben. Tut uns leid. Wir haben dort so viel Geld reingesteckt und so viel schon unterstützt. Das geht nicht mehr. Er hat uns immer wieder enttäuscht. Er hat gesagt, er trinkt nicht mehr und sie glauben nicht, wir sind aus der Tür. Er geht in den Laden und holt sich wieder was und knallt sich das hinter. Und versäuft die ganze Bude, versaut alles. Das heißt, nein. Bei uns ist da nichts mehr. Wenn er auch hier kommen würde, ich würde nicht aufmachen. Auch im Winter, wenn es kalt ist? Auch im Winter nicht. Der kriegt von mir nicht immer ein paar Schuhe oder eine Decke oder was. Gar nichts. Der ist für mich gestorben. Leben mit der Sucht. Auch für die Angehörigen eine fast nicht zu bewältigende Aufgabe. Bei aller teilweise jahrelangen Fürsorge. Wir suchen weiter nach Frank und finden ihn schließlich. In einem Motel in der Nähe verdrinkt er die Tage und sein letztes Geld. Bei den Suchholz ist das für mich eine Tagesration. Also das, was er den Tag zu trinken oder so. Das ist so wenig. Normalerweise würden jetzt von der Sorte her, würden jetzt drei Flaschen stehen. Aber irgendwann muss das zu Ende sein. Aber das kann ja nicht so weitergehen. Was man sagt, wenn man trinkt, man trinkt, man trinkt. Aber die Menschen wissen doch gar nicht, warum man trinkt. Eigentlich will Frank natürlich aufhören mit dem Suff. Sofort. Jetzt. Und wirklich. Das Ziel, die nächste Entgiftung. Oh Mann, Mann, Mann. Zuvor ein letzter Schluck. Eine letzte Zigarette und eine späte Erkenntnis. Manchmal denke ich, dass mein Leben an mir vorbeigeht. Das denke ich manchmal. Obwohl ich noch zu viel vorhatte. Oder vorhabe. Frank ist 41 Jahre alt. Obdachlos, allein und lebensgefährlich krank. Zu Weihnachten verzeichnet Deutschland die meisten Alkoholabstürze. In den Entzugskliniken ist die Rückfallquote am höchsten. Auch die Patienten in Seran durchleben eine emotionale Zeit. Wolfgang, der eine Kindheit mit einem sadistischen Vater erlebte, quält die Erinnerung an damals. Gerade Weihnachten, weil ich wollte noch nicht mal Familienvater sein. Und als ich dann damals so mit meinen Kindern mit Weihnachten und so, das war so eine Sache. Weil Weihnachten gab es bei uns zu Hause nicht. Da gab es was aufs Maul und was irgendwie alles. Und ich wollte genau das Gegenteil sein und dann hat meine Frau natürlich das verwehrt. Und dann, was soll ich machen? Das ist die schlimmste Zeit. Und wenn man dann sitzt und dann anfängt nachzudenken, dann... Nee, dann ist es am besten, wenn man dann rausgeht und irgendwas macht. Ja, Ablenkung. Ja, klar. Wolfgang hat neue Freunde gefunden. Er ist jetzt Pfleger der Therapiepferde von Seran. Was denn? Komm mal her hier. Nicht die Hand, nicht die Hand, nicht die Hand. Lass los. Ja, siehste, geht doch. Doch. Wenn die Tiere ihnen irgendwas geben, was Menschen ihnen nicht geben? Ja, Zuneigung, sehen Sie doch, sehen Sie doch. Die ist doch, ne? Ganz lieb ist sie. Obwohl sie nicht so lieb ist eigentlich, aber wir beide verstehen uns ganz gut. Also ich hab mir so gedacht, dass ich hier in dieser Gegend irgendwo bleibe. Und dann mal gucken, was sich so ergibt. Ne, und ich... Ja, ist nix da. Und ich will hier mein Leben neu beginnen. Das alte weg und hier absolut neu beginnen von vorne. Ist nix drin für dich? Nee. In Berlin fallen die Temperaturen unter Null. Ein Treffen mit Ronny, dem Punk aus Seran, ist geplant. Als er vor drei Wochen die Therapie abbrach, versprach er trocken zu bleiben. Wiedersehen am Bahnhof Berlin-Friedrichstraße. Läuft. Muss, ja? Muss. Ja. Wo lebst du jetzt? Immer noch auf der Straße. Ja. Und bei der Kälte? Gute Schlafsäcke. Ja. Hast du getrunken? Ja, hab gut angefangen. Warum? Der Appetit. Ronny lebt von Hartz IV und vom Flaschensammeln. Die geb ich ab und dann guck ich mal wieder was Neues zum Trinken. Weihnachten hatte Ronny einen Totalabsturz. Er trank drei Flaschen Schnaps und eine Kiste Bier. Allein. Weihnachten. An die Harmonie von meiner Familie. Wie es früher war. Vor 15 Jahren. Vor 15, 20 Jahren hab ich mich dran erinnert, wie harmonisch das war mit meiner Familie zu Weihnachten zu feiern. Und da bist du dann traurig geworden, oder? Traurig geworden. Und da hatte ich mich komplett mit Alkohol, komplett ins Nix getrunken. Dass ich den Absturz hatte. Ronny schläft in einem Zelt im Berliner Tiergarten. Anwohner versorgen ihn mit Essen. So bleibt immer genügend Geld für den Stoff, der alles betäubt. Im Krankenhaus Güstrow gibt es neue Hoffnungen. Ein Neuzugang will endlich vom Alkohol loskommen. Es ist Frank, der Seemann. In der weißen Plastiktragetasche eine Flasche Wodka. Hallo, Herr Burmann. Hallo, wir haben uns schon mal gesehen, gell? Sie waren schon mal bei uns in Behandlung? Ja. Vor vielen Jahren. Vor vielen Jahren. Und sind Sie gerade gekommen? Ja. Und haben Sie ein Anliegen? Ja, ich bin Alkoholiker. Mit wie vielen Jahren haben Sie angefangen zu trinken, Herr Burmann? Da war ich 14 Jahre alt. Also zu jung war ich. Ist der Vater auch alkoholkrank? Ja. Meine Mutter ist auch mit 54 gestorben. Sie hat auch gerne getrunken. Er ist 41, erst geschieden seit 2005. Er hat zwei Kinder, 22 Jahre alt und 14 Jahre alt. Er hat keinen Kontakt zu den Kindern. Ist gelernter Agrotechniker und lebt jetzt seit einem halben Jahr auf der Straße. Okay. Und einmal rein, das kennen Sie, ja? Das ist ganz lange, das piepst, oder? Das war nicht, weil er mir aus der Hand gerutscht ist. Ja, müssen wir jetzt neue rutschen. Nein, Sie brauchen keine neue Rutschen. Ich seh schon aufgereicht. Was war der höchste Spiegel, der gemessen worden ist bei Ihnen? 5,3. 5,3 Promille. Konnten Sie da noch laufen? Ja. Weil ich den Spiegel immer gehalten hatte. Ich denke, er gehört zu einer Gruppe von Patienten, die eine sehr, sehr schlechte Prognose haben. Er ist ja Anfang 40 und die Wahrscheinlichkeit, dass er in den nächsten Jahren sterben wird, vielleicht noch fünf oder zehn Jahre leben wird, ist hoch. Also es ist einfach eine schwere Krankheit, die im Prinzip halber ist, aber bei vielen Patienten einfach schlecht ausgeht. Also seine Prognose ist extrem schlecht. Frank bleibt nach diesen Aufnahmen noch fünf Tage in der Klinik. Dann bricht er die Entgiftung ab. Mit einem anderen Alkoholiker zieht er in eine Trinker-WG. Ronny lebt noch immer in Berlin auf der Straße. Auch er ist jetzt jeden Abend betrunken. Hoffnung gibt es bei Wolfgang. Er hat einen Therapieplatz bekommen und ist seit einem halben Jahr trocken. Er will es schaffen. Er will es schaffen.